Was geht Leute? Willkommen bei Atomic Summer zu einer weiteren Technikanalyse. Heute Fokus wieder auf die Brust gelegt mit der Übung Hexpress. Ich mache das ganze jetzt einmal voll für euch. Jetzt habt ihr gesehen, wie das ganze aussehen kann. Was ist wichtig, was ist zu beachten bei der Ausführung und zwar im Gegensatz wie zu normalen Bankdrücken, wo ihr die Ellenbogen relativ weit weg habt vom Körper, versucht ihr die Ellenbogen jetzt eng am Körper entlang zu führen. Also wenn ich jetzt, wenn ihr von oben drauf gucken würdet, während ich die Übung mache, habe ich die Ellenbogen eng am Körper und drücke dann hoch. Was ich auch noch beachten muss, ist konstant die Handeln aneinander zu lassen. Sprich, die Handeln entfernen sich nicht voneinander weg, sondern ihr müsst ständig mit der Hand entgegen drücken. Ganz wichtig ist, ihr rekrutiert so alle Muskelfasern der Brust. Ihr habt keine Einteilung in obere, untere oder seitliche, äußere, was da alles für Geschichten gibt. Sondern die Brust arbeitet bei dieser Übung im gesamten Paket. So, wichtig ist zu beachten, wenn ihr hoch geht, nicht einfach wieder abfallen lassen, die Handeln, sondern ihr geht hoch, presst die Brust richtig zusammen, bewusst anspannen, kurz halten, anspannen und dann langsam wieder runter. Die Handeln liegt ungefähr so, dass die Stange auf der Höhe der Brust ist, beziehungsweise die Gewichtsplatten, die Brust einschließen. Zusammenfassend zu sagen, konstant Spannung auf die Brust. Ihr haltet die Handeln immer konstant aneinander, so dass die Belastung nicht von der Brust auf die Schultern geht, sondern immer drauf bleibt auf eure Brust. Oben ganz fest anspannen, komplette Spitzenkontraktionen, langsam abführen, ablegen und dann wieder hoch. Das war's auch schon zur Übungsausführung. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es hat euch gefallen. Probiert's aus, schreibt's mir in die Kommentare, wie ihr die Übung findet. Momentan einer meiner Lieblingsbrustübungen, weil ihr einfach einen super Pump reinkriegt und alle Muskelfasern in der Brust spürt. Falls ihr es noch nicht getan habt, setzt ein Abo und teilt's mit euren Freunden. Bis dahin, haut rein. Tschüss.